Tag 17 50% hatte ich ja jetzt leider noch nicht beim Boss gehabt. Nicht mal mehr. Ich hab über 40 Grad verloren. So, ich gucke mal kurz ins Datenlog. Ich muss doch hier irgendwas haben, was mir Informationen über den Dings gibt. Das war's schon mal nicht. Steuerung auch nicht. Ach, das sind diese grundlegenden Sachen. Das ist mir alles noch als neu gekennzeichnet. Das klicke ich mal kurz zur Seite. Ich suche eigentlich noch mal die Notizen von dem Boss gerade. Ach, hier stehen sogar Sachen drin. Hier sind sogar ganz kürzlich. Ah, das warte ich noch nicht. Ich weiß nochmal, wie ich mir das letzte Mal ist. Ich weiß, wie wir das hier haben. Ich weiß, was ich verschwinde. Ich weiß, wie wir das hier haben. Also, wie muss ich hier nicht? Ich weiß, wie ich das hier nicht, wenn ich es hier nicht mache. Egal, weiter, Kreaturen, Kreaturen bestimmt, saugt das Luft rein, ist die Zeit für Rückzug, ja, das haben wir gemacht, Steinbomben, ich habe aber keine Steinbomben, muss ich mir jetzt erstmal welche besorgen oder was, na dann, ab auf die Karte, so man hier, plötzlich liegt ja eine Frucht, einfach so, hier liegen plötzlich auch Weintrauben und hier liegt plötzlich auch was, da oben, interessant, interessant, bestimmt weil wir sie lange brauchen, die habe ich mir da hingelegt, das passt ja, aber da kann man noch nicht rüber, wo sind eigentlich die anderen, bestimmt hier drinnen, könnte ich ja eigentlich auch erstmal machen, aber ich habe halt Angst, dass der Boss nicht die Lebenspunkte behält, dass der dann wieder komplett voll ist, warte, aber das stand doch auch in der Notiz, Kreaturen, generell, da, Informationen, wo könnte das stehen, weiß ich echt nicht mehr, schade, schade, das hätte hilfreich sein können, also was mache ich jetzt, ich muss mich entscheiden, ich glaube das Beste wäre wirklich, ich laufe hier mal lang, weil ich muss ja schließlich auch zu neuen Pigments kommen, das schaffe ich auch gar nicht so, gut, euch nehme ich jetzt mal mit, weil ich hab euch keine mehr, und aber immer noch einer wird schon unterwegs, sondern ein paar halber so so na, hat das noch was? also die Bomben gibt es auch nur wieder, und leider stehen die nicht auf der Karte also so 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 Was kommt her? Trinkt ihr klein. Alle Länder. Schön. Roter. Töte Dinn. Ich muss jetzt wirklich erstmal an den Kickments denken. So. Wir können den. Den hab ich denn. Ich seh das leider wohl nicht. Na. Sollte ich den Blätter machen. Ich seh ihn schon. Seh ihn schon. Das war schon mal Licht. Nee. Geht so nicht. Hier liegen ja noch Schermen rum. Guck mal her. Ja. 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 Ich bin pissed. Ich bin schön. Ich bin der Musik. Ich bin der. Ich bin der, in der. Ich bin der. Dann bin der, in der. Ich bin der. Ich bin der. Ich hoffe mal, sehe ich das vielleicht noch. Ich hatte doch hier oben noch irgendwo eine Mauer fast zerstört. Nee, die nicht, nee. Wo war denn das? Ja, irgendwo hatte ich doch eine Mauer schon zweimal. Ja, die. Und die hat immer noch. Die ist immer noch fast angegriffen. Aber ich brauche ja nur noch einen theoretisch. Das heißt, ich kann eigentlich die zwei hier benutzen, denn aus dem Loch da vorne müsste ich ja gleich wieder zwei rauskriegen. Oh, ich nehme mir mal an, der Pikmin ist gestorben, der die Scheibe wegkriegen wollte. Ach nee, die bullen die aus. Natürlich doof. Ich habe gehofft, da ist so ein Stein drin. Was hier mit euch passiert? Da sind einfach mehr als vier dran. So, mein kleiner Mann. Ich könnte mal wieder ein paar Pikmin scrocken. Du gehst nur zurück. Ich würde mir den Hier прив in den Garten. Ich würde mich bei dir nicht mehr bei mir über Es wurde mir geklrscht, wenn ich es nicht mehr bei mir vor.